Das ist das tolle an Viren. Sie verbreiten sich und kontrollieren. Scheiße, es tut mir leid, aber... Das sind zu viele. Wie soll das gehen? Wohin geht es? Oh, zu viel. Zu viel einfach. Weg da. Ich habe keine mehr. Wie das gehen soll, weiß ich nicht. An alle Einheiten, CDOS hat den Verdächtigen lokalisiert und markiert. Wer will denn keine Smart City? Hier spricht die Polizei. Fahren Sie rechts ran. Ich kann für nichts garantieren. Fahren Sie rechts ran. Oh, kein Treffer. Versuch ihn zu drehen. Wer hat sein Fahrzeug verlassen? Hier ist aber auch kein anderes. Das ist nicht möglich. Ja! Weil es ja so schon so wenige sind gegen mich. Entschuldigung. Das macht Spaß. Ich habe schon den Flug gebucht. London ist als nächstes dran. Willst du mitkommen? Halten Sie sofort an und ergeben Sie sich. Fahren Sie sofort ran. Den nehme ich auf die Hörner. Passt auf. Das hat gesessen. Sieht aus, als hättest du deine Hacker-Braut gar nicht gebraucht. Du bist doch nicht auf. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Und singen! Schnell! Kommt über die Seite! Ich mach dich kalt! Das noch! Geht endlich auf! Und singen! Ich sehe, was du tust. Sie lädst einen kleinen Virus hoch, lasst du da oben und hältst mich. Dann kommst du! Oh mein Gott, stimmt das. Ich hätte gedacht, deine Hacker-Tussee hat dieses kleine Ding entwickelt, aber... Die ist ja tot. Nee. Na, probier's aus eben. Gib dein Bestes und ich geb meins. Und dann kannst du im nächsten Leben damit angeben. Versuchen zu kriegen! Das tut mir leid, wenn ich so ruhig bin, aber erstens... Labert der schon die ganze Zeit? Oh! Tut mir leid, ich versuche gerade die Stadt zu retten. Da ist nicht gut mit anhalten. Boah. Alter, ist das dein Ernst? Jetzt... ...hackt's, ne? Katze, ich werde dich nicht auffangen, wenn du da runterfällst. Ich versuche ihn zu drehen. Wir brauchen hier sofort Prioritäten, mit die OS zu gönnen. Sino, wie effektiv unsere digitale Stadt dich zur Strecke bringt. Das fängt in Energieverbrauch. Geben Sie sofort ab und fahren Sie lang. An alle, eine Hochleistungspatrouille ist auf dem Weg zu seinem Standort. Tue ich. Verdächtiger ist vor Ort, wir sehen ihn. Keine Spur vom Verdächtigen. Wir schauen noch mal. Das ist das Tolle an Viren. Sie verbreiten sich und kontrollieren. Wusstest du, dass die meisten Menschen das CTOS laut Umfragen für Sicherheit... Das nenne ich gute PR. Mal sehen, wie sie das schön reden. Schütteln Sie alle Verfolger ab. Wie denn? Verstand, eine Hochleistungspatrouille ist auf dem Weg zu verdächtigen. Nein, keine freien Schussballen. Positionieren wir uns neu. Ich klopfe mal an. Auffassen! Ja, mein, gehören mir jetzt wieder die Ampeln. Ich klopfe mal an. So habe ich nämlich auch eine Chance, die Verfolger auch loszuwerden. Ihr könnt euch auch gerne selber um den Typen kümmern. Habe ich das geringste Problem mit. Ich klopfe mal an. Halt, sofort! Halt, sieh an. Ich wiederhole. Halt, sieh an. Halt, sofort! Halt, wir werden ihn an. Stehenbleiben. Ich wiederhole. Sofort stehenbleiben. Halt, mich hast erwischt. Stopp! Sofort anhalten! Und natürlich, natürlich, noch eine Barrikade. Wie soll ich das machen, Alter? Es sind zu viele. Geh weg. Versuch, ihn zu drehen. Schon klar, Leute. Ich muss mir platt machen. Ich fallen mir in die Seite. Halt, mich ist auf vorn an. Geben Sie auf, stehen glatt. Kann sich Kontext zum Verdächtigen. Wechsel die Position. Die Station. Den Schlapp ich mir. Anhalten! Ich wiederhole. Halten Sie an! Mich hast erwischt! Fall fahren Sie rechts ran. Den Schlapp ich mir. Halten Sie sofort an und ergeben Sie mich. Tue ich, mein Auto ist Schrott. Oh, weißt du was? Hier. Eröffnen das Feuer. Oh, ein Stück. Ich schaue mal, ob ich... Wie soll ich das machen? Schlag ein, schlag ein! Oh, ein Stück. Ich finde es schön, dass die einem zeigen, dass es erfolgreich war, was wir gemacht haben, aber... Ich könnte kotzen. Es ist... Es ist... Meiner Meinung nach nicht möglich. Ist es nicht. Ich habe keine Lust mehr. So ein Scheiß. Ich hasse diese Entkommen wieder Polizeisachen. An alle Einheiten, eine Hochleistungspatrouille ist am verdächtigen Korn. Wundervoll. Wundervoll. Ich habe Probleme. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Das ist total toll hier. Ich liebe diese Quest.